Warnung! Die nachfolgende Sendung wurde von professionellen Stuntmen bzw. völlig geistigen Idioten gedreht. Wir raten dringend dazu, die hier gezeigten Stunts in jedem Falle selbst auszuprobieren. Hi, mein Name ist Chris und das hier ist Jackass. Hey, willkommen zur ersten Episode von Jackass und jetzt spielen wir menschliches Dart. Ja, jetzt muss man mal gucken. Ich würde sagen, wir machen vom äußeren Rand, vom roten Rand nach innen hin immer einen Punkt mehr. Warte mal, da haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also in der Mitte sind sieben Punkte und nach außen hin immer weniger. Und ich würde sagen, jeder springt dreimal und gucken, wer die meisten Punkte bekommt. Wenn wir die Platte im Haupt treffen, okay. Ja, ich würde sagen, welche Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Acht zu vier. Untertitelung. BR 2018 Hey Leute, wir sind hier auf dem Highway unterwegs und wir spielen jetzt der letzte Ritt. Viel Spaß. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020